UNTERTITELUNG Danke Manuel. Schön, dass du noch zum Essen bleibst. Ja, sehr gerne. Danke auch nochmal, dass du dich heute wieder um Aaron gekümmert hast. Immer doch. Weißt du, du bist jetzt schon seit fast einem Jahr als Betreuer von Aaron bei uns. Du gehörst eigentlich schon fast zu unserer Familie. Ja. Ach, vielen lieben Dank, Frau Albers Rivera. Wirklich, das weiß ich sehr zu schätzen. Kannst du nächste Woche vielleicht am Montag statt Dienstag? Das kommt auf die Uhrzeit an, aber das könnte passen. Aaron hatte mich übrigens gefragt, ob wir nach dem Essen vielleicht noch gemeinsam eine Runde zocken. Wäre das okay? Ja, ist kein Problem. Moment, ich bin gleich wieder da. Ja. 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 Ich habe meine Mutter gebrochen. Ja. 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 Ja, ja. Er hat seinen Flug verpasst und sitzt in München fest. Er nimmt aber den ersten Flug morgen früh. Jo. Vom Flughafen dann direkt in die Kanzlei. Mhm. Wahrscheinlich hat er ihn lieb, ne? Weißt du was? Eigentlich ist mir das doch alles scheißegal. Weißt du, ich bin das ja gewöhnt. Papa sind seine Mandanten einfach mal viel wichtiger als wir. Und jedes Mal, wenn wir hier rum sitzen... ...ein weg zu gehen. Ich bin sonst auf zu diskutieren mit mir. Da geht es einfach aus. Ich bin sonst einfach nicht weg. Ich bin sonst einfach weg. Ich bin sonst nicht wegge adaptive. Ich bin sonst immer weggelebt, wenn es jetzt nur in der Zeit ist. Und da kann ich ihn aber weg". Du bist von den Viedern. Es geht trotzdem. Ich bin sonst einfach weg. Es geht hier einfach auf zu diskutieren mit mir. Nein, natürlich mach ich das nicht! Es kann doch nicht so weiterlaufen! Es ist unglaublich! Jedes Mal! Untertitelung des ZDF für funk, 2017